Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gestern habe ich noch SRF, den Staatsrundfunk der Schweiz, Herr Harsch kritisiert, völlig zu Recht natürlich, aber jetzt ist dort ein Betriebsunfall passiert. Und zwar hat der Journalist, in Anführungsstrichen, Tobias Gasser, sich den Unfall geleistet, echten Journalismus zu betreiben. Warum muss man keine Hoffnung haben? Trotzdem, weil Tobias Gasser auf X zum Beispiel als oberster Post schreibt, ein Zitat geschrieben hat. Insofern ist es kein Wunder, dass die geistigen Kinder des Faschismus heute ein grundsätzliches Problem mit öffentlich-rechtlichen Medien haben. Also wer SRF nicht mag, ist ein Nazi. Das hat er oben angepinnt und daneben verlinkt auf einen Artikel, der die öffentlich-rechtlichen Medien hochhält, der Servus-TV als Schwurbelsender abtut und so alles, was Elon Musk natürlich tut, für daneben ist. Das gesagt, möchte ich jetzt aber zum eigentlichen Thema kommen. Und zwar hat Tobias Gasser in seinem Betriebsunfall eben aus Versehen vielleicht, ich weiss es nicht, Journalismus geleistet. Und zwar hat er recherchiert, oder wahrscheinlich wurde es ihm zugespielt, man muss wissen, wenn man in einem wahrhaften Schwurbelkanal arbeitet, wie SRF, da sind natürlich dann die Wege kurz, insbesondere bei den linksextremen Kanälen wie SRF, die haben durch den anderen Linken, die gerne das Verteidigungsdepartement der Schweiz in Kakao ziehen, damit sie eben dann ihre eigene Agenda vorantreiben können. Also auch da kann man am Ende noch niedrige Beweggründe vermuten, aber nichtsdestotrotz ist der Artikel wertvoll. Denn da wurde herausgefunden, dass die Armee keine krisensichere Software haben wird bis 2035, und zwar keine krisensichere Logistiksoftware. Das heisst, in anderen Worten, bis 2035 kann die Schweizer Armee nicht garantieren, nicht mal nicht garantieren, sondern nicht leisten, dass allfällige Soldaten auf dem Feld rechtzeitig mit Munition oder Nahrungsmitteln versorgt würden. In anderen Worten, man könnte die Armee jetzt auch zehn Jahre dicht machen, es würde keine Rolle spielen, wir würden zig Milliarden Franken sparen. Also das wäre eigentlich jetzt meine Idee, aber natürlich ist es einfach, es ist vielleicht noch nicht, da wird sich keine Mehrheit finden. Die Tatsache ist, dass die Armee laufende IT-Projekte hat im Umfang von 4,2 Milliarden Franken. Und jetzt wurde also eine Software mit einem unbekannten Preis, weil sich die Täter dieser Geldverschwenderei sich sogar erlauben, auf dem Mund zu hocken über die angefallenen Kosten. Tatsache ist, es gab offenbar ein achtstufiges Verfahren, wie man Software, jetzt in diesem Fall, diese Software sollte in acht Stufen realisiert werden. Das macht auch Sinn, dass man ein Projekt aufteilt in Unterprojekte, damit man quasi, wie wenn man ein Haus baut, man baut das Fundament, zahlt das Fundament oder man zahlt den ersten Stock und so weiter, dann zahlt man den Maler, dann zahlt man den Schreiner und so weiter. Ein bisschen eine andere Reihenfolge beim Bauen. Aber ihr wisst, das ist jetzt, was ich meine, man will ja eine gewisse Sicherheit haben in der Planung. Und jetzt also haben sie ein achtstufiges Verfahren gehabt und sie haben sechs Stufen schon komplett, komplett finished und dann in der siebten Stufe, ihren Woge gegen Schluss, haben sie gemerkt, wir cancel das ganze Projekt. Mit mutmaßlich, das darf man jetzt unterstellen, weil es auf dem Mund hocken, Hunderten von Millionen Franken aufgelaufenen IT-Kosten. Warum haben sie das Projekt gestoppt? Man kann es nicht glauben, sie haben das Projekt gestoppt, weil die Software nicht unabhängig von einer internationalen Cloud betrieben werden kann. Und es ist naheliegend, dass die Schweizer Armee ja eine Software haben will, die lokal funktioniert. Wobei, man muss da aufpassen, habt ihr gewusst, dass die Schweizer Chats, die wir von den Amerikanern kaufen, die Amerikaner jederzeit auf Knopfdruck deaktivieren können. Ja, das ist so. Also ein völliger Wahnsinn, Irrsinn. Das kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken. Aber bei der Software, jetzt haben sie plötzlich einen Meinungsumschwung oder was auch immer der Grund war. Sie haben jetzt gesagt, wir wollen eine Software haben, die unabhängig von einer internationalen Cloud funktioniert. Sie haben eine Software gewählt, übrigens, die auf SAP gründet, ein deutscher Großkonzern. Hätte man mutmaßen können, dass wenn ein ausländischer Konzern Schweizer Militärsoft erbaut, dass eine komplette Unabhängigkeit gegenüber dem Ausland ein bisschen schwierig ist. Aber das haben sie nicht bei Stufe 0 gemerkt, wo sie das Projekt noch nicht gesprochen hatten. Nicht bei Stufe 1, nicht bei Stufe 2, nicht bei Stufe 3, nicht bei Stufe 4, nicht bei Stufe 5, nicht bei Stufe 6, sondern bei Stufe 7, wo mutmaßig schon 80, 90 Prozent der Kosten aufgelaufen sind, haben sie plötzlich gedacht, wisst ihr was? Wir brauchen eine Lösung, die rein schweizerisch ist und hauen das ganze Projekt in die Tonne. Wieder bei Null. Und jetzt sagen sie, dass sie ab 2035 frühestens eben eine Logistiksoftware parat haben wollen, die den Standards entspricht. Man hat aus einem Projekt, man weiß nicht, haben sie die Meinung geändert oder haben sie es nicht gemerkt, auf jeden Fall klopfen sie ein Projekt in die Tonne, das mutmaßlich 100 Millionen Franken gekostet hat, weil dies nicht unabhängig von einer internationalen Cloud betrieben werden kann. Und keiner hat das vorher gemerkt. Und selbst wenn es jemand vorher gemerkt hätte und es ihnen egal war, dann kommt man auf die Idee, dass man plötzlich Jahre später dann findet, ja, wir brauchen eine unabhängige Lösung. Ist das nicht das Alleroffensichtlichste, dass man eine unabhängige Lösung braucht? Und im ganzen Artikel fällt ein Name übrigens nicht, und das ist die Viola Amherd, die das ganze Debakel politisch verantwortet. Das ist die Frau, die während Corona die Mobilmachung gemacht hat, um den Schnupfen zu bekämpfen, das ja nach eigener Aussage dann unglaublich gut gelungen ist. Also der Schweizer Militär hat die Viren alle mit Pfein und Bogen abgeknallt und dann hatten wir in der Schweiz so viele milde Verläufe. Ja, oder wegen der Impfung, wegen der Impfung, die nicht vor Ansteckung schützt und trotzdem obligatorisch war, wenn man ein normales Leben führen wollte. Zum Beispiel im Fitnesscenter sein Immunsystem stärker. Ja, es war eine irre Zeit und so. Aber jetzt also dieser Fall, wir wollen hier nichts ablenken, dieser Fall, diese Einstellung, geschah bereits im Juni 2023. Und geleakt wurde das indirekt, also da gab es interne Dokumente innerhalb des Parlaments und das hat jetzt also dieser Tobias Gasser publik gemacht. Also erst etwa 15 Monate später wird die Politik darauf aufmerksam und jetzt schwurbeln sie munter weiter. Und zwar wollen sie jetzt eine Kommission einsetzen, die diesen ganzen Vorfall untersucht. Also ein Vorfall, der im Juni 2023 eskaliert ist, in der Wahrheit schon viel älter ist. Dieser Vorfall, wie man jetzt im Herbst durch eine Kommission oder in eine Truppe, genau, also die Kommission des Nationalrats, will Klarheit haben, die Sicherheitskommission, die Sicherheitspolitische Kommission, die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates, das will jetzt Klarheit und verlangt vom Bundesrat, einen Bericht zum Abbruch des Projekts. Dieser soll nächste Woche vorliegen, Entschuldigung, im Juni 2025 vorliegen. Also jetzt brauchen diese Dilettanten ein hunderte Milliarden schweres Projekt in den Sand gesetzt haben, weil sie irgendwie erst am Ende des Ausmaßes gemerkt haben, dass da eine internationale Cloud im Hintergrund ist. Brauchen sie noch einmal, was ist jetzt, Oktober, November, Dezember, nochmal acht Monate, um einen Bericht vorzulegen, was da wohl schief gelaufen ist. Man kann es sich wirklich nicht ausdenken, was für ein Dilettantismus, das da herrscht. Die Politik, ja, die Sucht, die Schuld natürlich, jetzt beim Bundesrat, die Parlamentarier, aber eben, im Bundesrat sind geschätzt, die 80 Prozent der Parteien vertreten, weil wir in der Schweiz überhaupt gar keine Opposition haben. Und darum müssen sie jetzt einfach Opposition spielen. Also SVP, FDP, CVP, Mitte und die SP, die müssen jetzt so tun, dass sie sich empören. Obwohl ja die Parlamentarier, die es jetzt so tun, als ob sie sich empören würden, ja diese Dilettantentruppe mit Viola Ramherd ja überhaupt in den Bundesrat gewählt haben. Weil wir in der Schweiz eben keine wirkliche Opposition haben, weil die Grünliberalen und Grünen, die nicht da vertreten sind, ja selber auch einfach nur Teil des Systems sind. Ja, das ist leider so. Haben wir bei Corona gemerkt, kein eigenständiges Denken. Haben wir beim Klima gemerkt, haben wir bei der Ukraine gemerkt, merken wir bei der Zuwanderung. Es ist alles einfach ein Moloch, ein Trümmerhaufen. Ja. Es wird noch erzählt, dass die SAP-Lösungen grundsätzlich auf Cloud-Anwendungen basieren und diese müssen nicht zwingend unsicher sein, heißt es, 22 von 29 NATO-Armeen nutzen gemäß SAP die Angebote der Firma. Auch die ukrainische Armee setzt auf die Logistik, für die Logistik auf die SAP. Ich muss sagen, wenn es für die ukrainische Regierung reicht, warum dann nicht für uns? Und was für ein Zufall, dass die Ukraine die gleiche Software braucht, die die NATO verwendet, wobei die NATO ja nach offiziellem Narrativ nicht Kriegspartei ist in diesem ganzen Konflikt. Also vielleicht sollte man statt Milliarden an die Ukraine zu sprechen, die Milliarde streichen und im Schweizer Verteidigungsdepartement ebenfalls ein paar Milliarden weg streichen. Sie können offenbar nichts Schlaues damit anfangen. Sie haben dann auch unglaubliche Wortschöpfungen, zum Beispiel das militärische Ziel ist es, schneller als der Gegner einen Angriff auslösen zu können. Nach dem Motto, wer schneller schießt, gewinnt den Kampf. Die Schweizer Armee spricht vom Zitat digitalen Sensornachrichten Führungswirkungsverbund. Die Schweizer Armee will also mit einem Wort an Krieg gewinnen, das länger dauert als der Zweite Weltkrieg. Um nur den Begriff auszusprechen. Also sie wollen gewinnen dank einem digitalen Sensornachrichten Führungswirkungsverbund. Also wer glaubt, dass unsere Armee irgendwie mehr taugt als andere Abteilungen unserer Behörden, der sollte wahrscheinlich die rote Pille schlucken. So, das war's von meiner Seite her für den Moment. Ich habe noch andere Sachen in petto, obwohl ich einen wunderbaren Kenia sitze und das Leben genieße, aber gestern auch ein Interview gemacht habe mit einer Prostituierten in einem Bordell, die pro Sexualakt gerade einmal 2,50 Franken verdient. Und dazu habe ich ja bereits mehrfach selber berichtet und auf einem Supporterkanal eben hinter der Bezahlschranke auf Wunsch, Ehrenwort, auf Wunsch der Prostituierten eben nicht auf YouTube und auf den anderen frei verfügbaren Plattformen kann man dieses Interview sehen, wo sie, wo man ihr eben auch in die Augen sehen kann. und das ganze Ausmaß dieser Traurigkeit erfassen kann. Ein Gespräch, das mich sehr bewegt hat und hoffentlich euch auch. So, das war's gewesen. Ich wünsche euch weiterhin einen irren Mittwoch. Wir haben ja nur noch irre Tage. Tschüss miteinander.